Vitamin E bekämpft Krebs Hallo, Gregor Kühni hier. Und zwar an entscheidender Stelle vernichtet die Stammzellen. Erinnern Sie sich, der führende deutsche Krebsforscher Professor Wistler vom Deutschen Krebsforschungsinstitut in Heidelberg hat die deutsche Medizin ja einst ermahnt umzudenken. Lest im nachfolgenden Blog, was er alles schreibt, um dem Krebs vorzubeugen.